Dieses Video wurde bei einem unserer Kunden aufgenommen und zeigt den Betrieb der LDG 3000 Kombilinie. Mit dieser Anlage ist es möglich, einzigartige pelletierte Futtermittel für große und kleine landwirtschaftliche Betriebe, die eine Vielzahl von Tieren und Vögeln züchten, zu produzieren. Für die Produktion können eigene Rezepturen verwendet werden, um einen maximalen Nährwert des Futters zu erreichen. Der in diesem Video gezeigte Bausatz dient zur Herstellung von Pelletgemisch nach Kundenindividueller Rezeptur. Die Leistungsmessung wurde mit Hilfe von Gewichtskontrollsensoren durchgeführt. Nach Schnelligkeit des Verbrauchs des zugeführten Rohmaterials und der Menge des produzierten Pellets beträgt die Kapazität dieser Anlage etwa 1200 Kilogramm pro Stunde. Die Zerkleinerungsmaschine Kraft 22, Motorleistung 22 Kilowatt, Kapazität bis zu 2 Tonnen pro Stunde. Den Futtermischwagen MP 2000 mit Waage für eine präzise Beladung. Motorleistung 2,2 Kilowatt, Fassungsvermögen des Trichters, bis zu 2 Tonnen, Mischzeit 15 bis 20 Minuten. Den Schneckendosierer PS 200, gesteuert durch Frequenzumrichter. Motorleistung 0,75 Kilowatt, Fassungsvermögen des Trichters, 0,2 Kubikmeter. Den Pelletierer Prime 300, Motorleistung 30 Kilowatt. Leistung bis zu 700 Kilogramm pro Stunde. Einen Schaltschrank zur Steuerung des gesamten Prozesses. Die Absauganlage so, 2, Motorleistung, 1,5 Kilowatt, einschließlich 2 Abfallsäcke und 2 Luftfilter. Den Kalibrator Kühler KC 200, Motorleistung, 0,12 Kilowatt. Die Kühl- und Verpackungslinie LCP 600 für fertiges Pellet, bestehend aus. Erster einem Förderband mit zusätzlich montierten Ventilatoren zur Kühlung des Pellets. Zweiter einem Trichter mit 600 Litern Fassungsvermögen für die Ansammlung des Pellets. Dritter einem Absaugsystem zur Kühlung des Pellets im Trichter. Vierter einem System zur Dosierung des Pellets je nachdem vom Bediener eingestellten Gewichts, mit einem waagerechten Förderband. Fünfter einem Schaltschrank. Sollten Sie weitere Fragen zu dem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unsere in der Beschreibung angegebene Hotline-Nummer. Die in der Produktionslinie enthaltenen Maschinen werden von unseren Fachleuten nur nach individuellen Parametern und Wünschen des Kunden zusammengestellt. Zusammengestellt Sollte 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 Sollte